Nachmittag fuhr kein Auto, wo es keine Straßen war, da war ich drüben in den Urpaar drüben, der so schön gemalt hat, wie hieß denn der. Dort haben die Eltern gewohnt, das war ziemlich schwierig, aber ich habe es geschafft. Dann war ich in der Planckstraße, da habe ich meine Mutter besucht und dann bin ich in die Mullenstraße gelaufen, das habe ich alles zu Fuß gemacht. Ich dachte, das mache ich als Bedingung und die Eltern waren dann auch wirklich zu Hause. Ich habe mich nicht vorher angemeldet, aber ich dachte, meine Frau Wilhelm sind sie zu Hause. Das hat mir sehr viel gegeben, hat mir sehr viel gegeben, ja. Die letzten vier Jahre war ich eigentlich sehr krank und da konnte ich nicht viel machen, aber gut geht es wieder weiter. Also schön. So viele praktische Sachen, nicht wahr?